Schon in der Jugend wollte ich in die Parteiminister werden, war mein Ziel dabei. Es gibt Geschenke von Lobby und der Wirtschaft und ich denke, ja dann hab ich's geschafft. Doch leider sieht die Wahrheit wieder ganz anders aus. Auf Spenden und auf Schmiergeld steht nun Zuchthaus. Bestechen verboten, Bestechen verboten, streng verboten. Wenn mir das vorher wie gesagt hätt ich hätt's nicht geglaubt, Bestechung, die ist hier nicht erlaubt. Doch ich dachte, das ist auch kein Problem. Es gibt auch Steuern, die ich euch abnehme. Und es fällt ja doch niemandem auf, wenn ich die Gelder für mich selber Verbrauch. Doch leider war auch diese Idee wieder nicht so toll. Der Grasser und der Strasser kriegen den Haar als nicht voll. Betrügen verboten. Betrügen verboten. Betrügen verboten. Streng verboten. Wenn mir das vorher wie gesagt hätt ich hätt's nicht geglaubt, Betrug ist hier auch nicht erlaubt. Tupadapa. 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 Wenn mir das vorher wär gesagt hätt ich hätt's nicht geglaubt. Betrug ist hier auch nicht erlaubt. Tupadapa. Die Lösung scheint zu sein, die Staatsschulden zu erröhnen. Dann können wir wieder pressen, Minister sein ist schön. Die Griechen waren schneller, uns bleibt kein Heller. Minister sein, das ist in diesem Land ein Albtraum. Jetzt sparen wir für den Euroraum. Sparen geboten, Schulden verboten. Wenn uns das vorher weh gesagt hätte, wir hätten's nie gemacht. Den Euro und den Stabilitätspakt.